Ein verschneiter Bahnhof im Süden Bayerns. Wegen des Winterwetters fuhr am Wochenende rund um München kaum noch ein Zug. Der Stillstand bei der Bahn liege in der Verantwortung des Konzerns, der jahrzehntelang nur gespart habe, erklärte die Organisation ProBahn. Früher sei das Unternehmen viel besser gegen Wintereinbrüche gerüstet gewesen und habe viel mehr Gleise zum Abstellen von Zügen zur Verfügung gehabt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft forderte massive Investitionen in die Infrastruktur. Sie sei derzeit, Zitat, in weiten Teilen marode, erklärte deren Vorsitzender Martin Burkert. Die Münchner S-Bahn erklärte auf ihrer Homepage, dass es auch in den kommenden Tagen noch starke Einschränkungen geben werde. Auf einigen Strecken wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.